Die Stimulation Pro X2, die Fortsetzung der Nachfolger einer schon sehr, sehr krassen Pfeife, die jetzt nochmal deutlich krasser geworden ist, heute im Review. Als erstes die Cinematics. Die Stimulation Pro X2 Ja und nachdem ihr schon mal so einen ersten Eindruck bekommen habt, was die Pfeife alles mitbringt, ihr habt ja schon das ein oder andere gerade in den Cinematics gesehen, würde ich sagen, erstmal Unboxing, Aufbau, Umbau, Zubehör und dann reden wir über die ganzen Sachen. So, kommen wir als erstes zum Unboxing. Da sehen wir schon den Karton, wir machen das Ganze auf und packen das Ganze erstmal aus. Alles relativ sicher verpackt, schön viel Verpackungsmaterial mit am Start, war auch nichts beschädigt oder so, alles wunderbar. Die Base, die Schlauchanschlüsse, das Taucher und die Bowl sind schon mal pre-assembled. Ich zeige euch das aber alles nochmal kurz, auch in der Base ist schon alles mit drin. Wir sehen den abnehmbaren Diffusor, das ausziehbare Tauchrohr und dann packen wir noch den anderen Karton aus. Da haben wir erstmal ein bisschen Papierkram, ein Zertifikat für die Pfeife, noch die Anleitung, die Aufbauanleitung, eine kleine Karte mit den ganzen Featuren, aber das erzähle ich euch auch alles gleich nochmal, das Perch Pro System und eine Danksagung. Schlauchanschluss, Kopfadapter und Kopfschliff bzw. Tellerschliff, die Rauchsäule, das nochmal extra verpackt und dann haben wir als nächstes noch den Teller. Da ist eine Folie drauf, das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber dafür ist er auch garantiert ohne Kratzer. Das Ganze zusammengeschraubt und erstmal beiseite gelegt, dann diesen gelben Plömpel da ein bisschen rausfummeln, das war ein bisschen fummelig, aber es geht. Den Zwischenring auf die Base und dann die Rauchsäule draufgeschraubt, da ist eine Dichtung dabei, sodass man das schön alignen kann, dass das Logo immer nach vorne guckt. Das Ganze auf die Bowl und dann sind wir eigentlich auch schon ready, aber man kann die Pfeife noch ein bisschen umbauen. Den Zwischenring kann man benutzen, kann man aber auch weglassen, das sind die zwei Blower-Adapter, die ich habe, die kann man dann oben verbauen. Den einen schnappen wir uns auch nochmal, mein Favorit ist auf jeden Fall der, der nach unten entlüftet. Den legen wir erstmal von unten über die Rauchsäule, dann kommt das Sleeve drüber und dann müssen wir den Ring über der Base festhalten und das Sleeve festschrauben. Das ist ein klein bisschen fummelig, hat im Nachhinein aber, wenn man es erstmal raus hat, easy funktioniert. Man zieht das hoch, nachdem das Gewinde sitzt und dann kann man das Ganze easy an dem Blower-Adapter drehen. Da ist extra so eine kleine Nut. Gut und dann sind wir auch schon fertig und haben das Sleeve montiert und dann passt das. Das Tauchrohr bzw. das Diffusorstück kann man auch austauschen gegen den Cooling-Diffusor. Das sind die Kugeln, die da drin liegen, das ist ein Zubehörteil. Da gehen wir aber auch gleich nochmal drauf genauer ein und dann wisst ihr auch, was das mit den verschiedenen Kugeln so auf sich hat. Sieht aber auch sehr, sehr cool aus. Da haben wir noch den Steckball-Adapter, das ist auch ein Zubehörteil, wollte ich euch aber auch auf jeden Fall zeigen. Ganz nettes System mit den Ringen, aber da muss ich euch auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und ihr seht schon, das ist eine ganz schöne Fummelerei, bis man da die Ringe drunter hat und dann die anderen wieder drauf hat und so. Aber gut, das macht man in der Regel auch nur einmal. Der lässt sich dann ganz einfach draufstecken. Das mit dem Draufstecken funktioniert auch ganz gut, aber da ist kein Klicksystem. Das heißt, beim Abziehen muss man sehr, sehr viel Kraft aufwenden, dass das Ding runterkommt. Und auch um ihn auf die Bowls zu packen, muss man da doch schon sehr, sehr fest drücken. Aber es geht und ich würde sagen, wir kommen dann als nächstes wieder zu dem Review, zu der Stimulation Pro X2. Ja Leute, das Unboxing und das, was im ersten Karton ist, im Lieferumfang, habt ihr gesehen und auch das Zubehör habt ihr noch gesehen. Das Zubehör ist auch sehr, sehr wichtig, weil da noch ein paar Sachen dabei sind, die für mich auf jeden Fall absolute Game Changer sind, was die Pro X2 angeht. Deswegen werden wir da auch noch mal genauer drauf eingehen, obwohl es eigentlich nur Zubehör ist. Aber das muss mit rein, das ist sehr wichtig. Als erstes aber mal ein paar Eckdaten zu der Pfeife. Vom Optischen her, wenn man die Pfeife erstmal bekommt, ist sie sehr, sehr ähnlich zu der Pro X2. Hat aber dennoch das ein oder andere Feature, was sehr, sehr wichtig ist. Zum Beispiel haben wir, wie ihr schon seht, jetzt auch die Option auf Sleeves und nicht nur auf Sleeves, sondern auch noch auf verschiedene Blow-Offs. Einer der größten Kritikpunkte an der Pro X1 war ja, dass man zwar entlüften konnte mit vier Leuten, aber eigentlich auch nicht mit vier Leuten, weil der Rauch ist beim Entlüften immer auch den anderen Schlauchadapter angekommen, was viele Leute sehr gestört hat und das wurde endlich behoben. Das heißt, wir haben jetzt einen Blow-Off, standardmäßig, ich blende euch das immer noch mal wieder mit ein, geht das von der Base oben aus den Löchern raus oder wenn man den Ring drauf hat, auch aus dem Ring raus. Sieht mit dem Ring ein bisschen cooler aus, geht aber ohne Ring natürlich ein bisschen leichter. Mit Sleeve und Blow-Off oben wird es natürlich noch mal ein bisschen schwerer, aber genauer gucken wir uns das dann noch mal beim Rauchverhalten an. Die Pfeife kostet immer noch 379 Euro bis 399 Euro. Ist zwar nach wie vor sehr, sehr viel Geld, dafür, dass das Rohmaterial, der Versand und vieles mehr in der Corona-Zeit aber deutlich teurer geworden ist, finde ich es gut, dass die Pfeife nicht teurer geworden ist als vorher. Aber man kann für die Pro X2 mittlerweile mehr Geld ausgeben und zwar, wenn man sich noch ein Sleeve und noch so einen Blow-Off-Adapter dazu gönnt. Die Sleeves werden zwischen 30 und 35 Euro kosten. Erstmal wird es nur Carbon geben, es sollen aber wohl noch weitere kommen. Da schauen wir wie immer mal, was die Zukunft so bringt. Die Blow-Off-Adapter, die man zusätzlich auch auf jeden Fall noch braucht, das heißt ein Sleeve alleine bringt einem nicht wirklich was, weil dann hätte man gar kein Blow-Off mehr. Ein Sleeve muss also immer auch mit einem Blow-Off-Adapter gekauft werden. Die Blow-Off-Adapter kosten dann noch mal 15 Euro. Solltet ihr euch auch für den Steckbowl-Adapter interessieren, der kostet 50 Euro. Finde ich schon sehr, sehr viel Geld für ein Stück Metall, allerdings ist es auch wirklich sehr gut verarbeitet und sehr massiv. Wo wir gerade bei den Preisen sind, der Cooling-Diffusor kostet auch 50 Euro. So, was das ist, das erzähle ich euch später noch. Das ist wahrscheinlich mein Lieblingszubehör bei der Pro X2. Das heißt also, wenn man sich ein Sleeve kauft, ein Blow-Off-Adapter kauft, den Cooling-Diffusor kauft und noch den Steckbowl-Adapter kauft, kommen noch mal 150 Euro obendrauf. Wenn man jetzt auch noch eine der teuren Bowls für 399 Euro, also die Pfeife mit der teuren Bowl, das ist die Crystal Bowl, die kostet 399 Euro, dann noch mal 150 Euro drauf. Sind wir bei der Steemo, bei einer 550 Euro-Pfeife. Das ist natürlich alles Zubehör und wahrscheinlich werden sich die wenigsten Leute alles kaufen. Wer seine Pro X2 aber mit allem haben will, der ist erst mal 550 Euro los. Was man für die 550 Euro bekommt und ob sich das Ganze lohnt, das gucken wir uns jetzt Step-by-Step an und deswegen gehen wir erst mal die Feature durch. Erst mal das neue Feature von der Stimulation, das Perch Pro System. Wir haben wie gesagt den Blow-Off jetzt oben an der Base mit verschiedenen Varianten, die wir benutzen können. Es gibt erst mal den normalen Blow-Off direkt von der Base. Dann kann man den Zwischenring noch oben draufsetzen, der den Blow-Off noch ein bisschen diffuser macht, sag ich mal. Noch mal ein bisschen schöner verteilt. Das sieht sehr, sehr nice aus. Dann können wir mit einem Sleeve und dem Blow-Off-Adapter einmal den Rauch an der Rauchsäule nach unten entlang schießen lassen. Wir können aber auch noch den anderen Blow-Off-Adapter draufsetzen, der dann das Blow-Off zur Seite hin, beziehungsweise nach oben gegen den Teller und dann von dem Teller weg laufen lässt. Das kann man dann auch noch kombinieren mit diesem Teller, den man drunter legen kann. Der rastet dann einfach sehr, sehr schön auf diesem Blow-Off-Adapter aus. Der ist oben mit so leichten Kanten versehen und da kann man das sehr, sehr schön drauflegen. Das rastet dann praktisch ein, sitzt aber trotzdem locker auf diesem Blow-Off-Adapter. Also das ganze Stück sitzt dann so unter der Pfeife und der Blow-Off läuft schön hier drüber weg. Das ist auch nicht die finale Variante. Die finale Variante könnte nochmal ein kleines bisschen anders aussehen und soll laut Stimulation ein bisschen größer werden. Das ist, was ich jetzt fürs Review habe, also kann ich auch nur das bewerten. Zu dem Perch Pro System muss man aber noch ein bisschen mehr sagen. Es ist mittlerweile ein wirklich extrem ausgeklügeltes System, das in der sehr filigranen Base, aufgrund von dem 360-Grad-Klick-System, ist ja die Base unten von Stimus sehr, sehr klein. Und da muss alles rein, sodass jeder entlüften kann und das Ganze auch noch wunderbar funktioniert. Es wurden spezielle Keramikkugeln benutzt, die exakt das passende Gewicht haben, sodass in Verbindung mit dem System der Druckpunkt optimal ist. Und man merkt das sehr, sehr gut, wenn man einfach mal entlüftet, ganz langsam, immer stärker werdend, wann da die Ventile aufmachen und den Blow-Off zulassen. Außerdem wurde das noch so ausgeklügelt, dass wenn ein Überdruck oder ein zu krasser Überdruck entsteht, immer mehr aufgeht in der Pfeife. Heißt, wenn man normal reinpustet, kommt erstmal das Entlüftungssystem. Oder wenn ihr den Cooling-Diffusor habt, geht auch noch ein bisschen Luft durch den Kopf. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Aber wenn man zu fest pustet, dann öffnen irgendwann auch diese speziellen, mit dem exakt passenden Gewicht versehenden Keramikkugeln, sodass dann doch noch ein bisschen Rauch über die Schlauchanschlüsse rauskommt. Aber erst, wenn man wirklich extrem fest reinpustet oder wenn man mal zu zweit reinpustet aus Versehen, weil dann natürlich ein noch krasserer Überdruck entsteht. Sollte man also aus Versehen zu zweit reinpusten und das System wäre nicht so gut, könnte es passieren, wenn hier nie was aufgehen würde, dass ihr euch den Kopf flutet. Das heißt, wenn man normal entlüftet, kommt nichts aus den Anschlüssen. Wenn man aber wirklich, wirklich reinballert, dann gehen auch die Anschlüsse auf, was verhindert, dass ihr den Kopf mit Wasser flutet. Also ein sehr geiles System, hat auch wunderbar funktioniert. Es gibt ja ein, zwei Sachen zu beachten, vor allem mit dem Cooling Diffusor. Das erzähle ich aber gleich noch, wenn wir beim Cooling Diffusor sind. Was wir natürlich auch wieder mit dabei haben, ist das Stimulation Airflow Control System. Ein sehr, sehr verrückter Name für ein relativ simples, aber geiles Feature. Zumindest für einige Leute könnte das sehr, sehr nice sein. Ihr könnt ja schon bei der letzten Pro X hier die Schlauchanschlüsse drehen und somit den Durchzug einstellen von der Pfeife. Ihr könnt zum Beispiel auch die anderen einfach zudrehen, wenn ihr nur mit einem raucht. Dann ist die Chance, dass da Rauch rauskommt, noch kleiner. Das Risiko, dass ihr den Kopf fluten könntet, was man alleine eigentlich nicht schafft, aber noch größer. Was man zum Airflow Control System auch noch sagen kann. Vorher war ja hier einfach, ich glaube, drauf gelasert. Einfach so ein schwarzer Strich mit so kleinen Stufen. Jetzt ist das Ganze nochmal ein bisschen schöner geworden. Da ist oben ein etwas breiterer Strich und unten ein etwas schmalerer Strich reingefräst. Sieht, finde ich, ein bisschen geiler aus, als so einen schwarzen Strich da dran zu haben. Was es natürlich auch wieder gibt, ist das verstellbare Tauchrohr oder in der Stimulation-Sprache die Dip-Tube-Control. Wieder ein sehr, sehr fancy Name für ein relativ einfaches, aber geniales Feature. Ihr könnt das Tauchrohr stufenmäßig auf, ich glaube, neun verschiedenen Stufen ausziehen. Für mich läuft die Pfeife eigentlich immer auf der kürzesten Stufe. Hint auf den, auf da drauf verhalten, aber kommen wir auch später wieder drauf. Aber das ist ein sehr nice Feature. Das heißt, ihr könnt das Tauchrohr auf neun Stufen verstellen. Für mich vor allem sehr, sehr nützlich, wenn man mal den Wasserstand nicht perfekt trifft. Also anstatt jetzt immer wieder einen Schluck Wasser reinzumachen und noch einen Schluck Wasser und noch einen Schluck Wasser, könntet ihr auch einfach das Tauchrohr zwei Stufen länger machen und dann kommt der Diffusor wieder rein. Ein anderes Feature, das Stimulation-Blow-Off-Style-Control, hatte ich eben schon mit zu dem Purge Pro reingepackt. Das Purge Pro ist eigentlich nur das ausgeklügelte System in der Base, wie die Pfeife dazu gebracht wird, zu entlüften, obwohl vier Schläuche angeschlossen werden können. Der Blow-Off-Style-Control ist dann der Rest, was ich eben auch schon beschrieben habe, mit dem entweder von der Base oder mit dem Ring oder mit einem Blow-Off-Adapter. Das letzte Feature, was eigentlich nicht direkt ein Feature von der Pfeife ist, sondern einfach Zubehör, ist, dass es eben noch sehr nice Zubehör gibt. Erstmalig von Stimulation einen Steckball-Adapter. Das heißt, ihr könnt euch diesen Adapter kaufen und könnt eure Stimulation auf Steckballs benutzen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Stimulation sowas rausbringt, bin aber sehr, sehr froh drum. Ich glaube zwar, ich werde die Pfeife meistens trotzdem auf der Standardball rauchen, weil das ist für mich einfach Stimulation. Aber wenn jemand möchte, kann er sich den kaufen und kann die auf Steckballs packen. Jetzt kommen wir aber zu meinem absoluten Lieblingszubehör, dem Cooling-Diffusor. Der Cooling-Diffusor ist ein Aufsatz, den könnt ihr gegen das normale Tauchrohr tauschen. Also das hier wäre das normale Tauchrohr, das dann unten reingesteckt wird. Und dann habt ihr die Möglichkeit, mit einer verschiedenen Konfiguration an Kügelchen in dem Cooling-Diffusor einzustellen, wie viel Luft beim Pusten in die Pfeife, also beim Entlüften durch den Schlauch, wenn ihr in den Schlauch pustet, könnt ihr einstellen, wie viel Luft davon in den Kopf umgelenkt werden soll. Ihr könnt es euch aussuchen, ob ihr zwischen vier Metallkugeln und vier Plastikkugeln reinlegt. Je mehr Plastikkugeln drin liegen, desto einfacher ist es, mehr Luft in den Kopf zu pusten. Sprich, mehr von eurer Luft, die ihr in die Pfeife pustet, geht nicht zu dem Blow-Off, sondern geht direkt in den Kopf und sorgt dafür, dass ihr den Kopf aktiv kühlt. Was extrem geil sein kann, wenn man Tabak raucht, der ein bisschen hitzeempfindlich ist. Ihr könnt euren Kopf also mit einem einfachen Pusten in den Schlauch aktiv kühlen, anstatt euch eine Zange zu nehmen, den HMD hochzuhebeln, dann da so ein bisschen rumzupusten, den HMD wieder draufzusetzen. Wird alles nicht mehr gebraucht, ihr könnt einfach ein bisschen entlüften. Und das Feature finde ich noch viel besser an dieser Vierschlauchpfeife. Stellt euch mal vor, ihr raucht wirklich mit vier Freunden an dieser Pfeife und jeder zieht wie bekloppt an dem Ding. Und der Kopf ist nach einer Viertelstunde schon so hart auf Temperatur, dass der ganz kurz vorm Abkratzen ist. Einfach ab und zu reinpusten und das Köpfchen behält einen kühlen Kopf. Sorry. Aber auch wenn ich alleine rauche, habe ich den Cooling Diffusor extrem gerne genutzt. Gerade wenn ich so Sachen rauche wie Must-Have, die, wenn sie ein bisschen viel Hitze bekommen, sehr, sehr schnell unangenehm werden können, ist das einfach ein Killer-Feature. Es ist sogar so ein geiles Feature, dass ich als jemand, der normal eigentlich keine Vierschlauchpfeifen raucht, ich bin der Meinung, jeder sollte eine eigene Pfeife bekommen, deswegen reichen mir in der Regel Einschlauchpfeifen. Das ist ein persönliches Ding. Wenn jemand sagt, nee, ich will mit meinen Kumpels an einer Pfeife rauchen, alles cool, kann ich absolut nachvollziehen. Aber sogar ich als jemand, der sagt, ich rauche eigentlich lieber Einschlauchpfeifen, ich bin so angetan von dem Cooling Diffusor, dass ich immer häufiger zu der Pro X2 gegriffen habe. Gerade wenn ich irgendwie Must-Have rauche oder so oder anderen Tabak, wo ich weiß, der ist hitzeempfindlich. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ein kleines Zubehörteil eine Pfeife so krass verändern kann, dass ich auf einmal mit einer Vierschlauchpfeife rauche. Also versteht mich nicht falsch, ich habe schon eine Begeisterung dafür, was die Pfeife alles kann. Es wäre nur nicht genau das, was ich meistens benutze. Ich nehme meistens eher so mittelgroße Einschlauchpfeifen. Was man noch zu dem Cooling Diffusor sagen muss, man könnte vier Metallkugeln reinmachen, allerdings ist es mit vier Metallkugeln extrem schwer, überhaupt den Kopf zu entlüften. Das heißt, ich würde empfehlen, wenn ihr den Cooling Diffusor benutzen wollt, ist meine Lieblingskonfiguration drei Metallkugeln und eine Plastikkugeln oder zwei Metallkugeln und zwei Plastikkugeln. Drei Plastikkugeln oder sogar vier Plastikkugeln sind für mich ein bisschen zu krass, weil dann doch sehr, sehr viel Luft in den Kopf geht. Das heißt, meine Lieblingskonfiguration ist entweder zwei, zwei oder drei Metall und eine Plastik. Ich kann euch das gerade nochmal einblenden, wie das aussieht, wenn ich jetzt ganz normal, ohne irgendwas zu drücken, zu verstellen oder sonst was, in mein Köpfchen puste, filme ich euch aber nochmal extra ab. Sehr, sehr krass. Was man auch noch zum Cooling Diffusor sagen muss, wenn man den benutzt, geht natürlich Luft in den Kopf und nicht ins Blow-Off. Das heißt, mit dem Cooling Diffusor sieht der Blow-Off, je nachdem wie offen der Cooling Diffusor ist, immer weniger beeindruckend aus. Ohne Cooling Diffusor ist er natürlich sehr beeindruckend und auch sehr, sehr schön gemacht, aber je mehr Luft ihr durch den Cooling Diffusor in den Kopf lenkt, umso weniger kommt natürlich beim Blow-Off an. Kann ich euch einmal zeigen, ich habe gerade die Konfiguration zwei Metallkugeln und zwei Plastikkugeln. Also der Blow-Off sieht trotzdem schön aus, aber merkt schon, da würde noch ein bisschen mehr gehen. So, ich habe jetzt nochmal den normalen Diffusor dran gemacht, das heißt, der Cooling Diffusor ist ab, sodass ich euch jetzt nochmal den Blow-Off zeigen kann, wie es aussieht, wenn man den nicht benutzt. Es ist kein riesiger Unterschied, aber es ist ein Unterschied. Da müsst ihr halt für euch wissen, ist es euch wichtiger, dass der Blow-Off extrem nice aussieht oder ist für euch das Feature geil, dass ihr den Kopf entlüften könnt. Für mich ist es auf jeden Fall das Kopf entlüften. Das waren so im Groben und Ganzen die Feature und die Zubehörteile, die es für die Pro X2 geben wird. Jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu den normalen Review-Punkten. Angefangen mit der Qualität. Und was soll man noch zu der Qualität sagen? Es ist eine Stimulation. Also die Verarbeitung ist astrein. Die ist komplett made in Germany, bis auf das Glas. Die Expertise für Glas liegt nicht unbedingt in Deutschland, deswegen ist es bei dem Glas okay, dass das Glas nicht aus Deutschland kommt. Aber die Metallteile sind alle made in Germany und ich war sogar schon in der Fertigung bei Stimulation. Das heißt, ich kann meine Hand dafür ins Feuer legen. Die haben ihre Fabrik in Deutschland. Ich habe das gesehen, wie die gefertigt werden. Ich könnte da jetzt noch 10 Minuten drüber reden, wie geil diese Pfeife verarbeitet ist. Aber top. Fertig. Aber wenn wir mal von der Pfeife weggucken und zu dem Zubehör gucken, dann muss ich sagen, habe ich vor allem bei einem Ding ein paar Beschwerden. Gar nicht, was die Verarbeitung angeht, aber was die Funktion angeht. Und das wäre der Steckball-Adapter. Bei dem Steckball-Adapter sind zwei Sets an Ringe dabei. Und obwohl ich auf meinem Steckball-Adapter jetzt schon das Set mit den schmalen Ringen habe, passt er nur gerade so auf Bowls. Das heißt, für jemanden, der häufig die Bowl wechseln will, ist das wirklich scheiße viel Arbeit. Also das Ding von der Bowl abzubekommen, erspart dir einen Besuch im Fitnessstudio. Muss ich leider so sagen. Mit den großen Ringen hat dieser Adapter bei mir auf mittlerweile, ich habe 20 Steckballs da, hat er auf Original eine Bowl gepasst. Das heißt, diese Dinger kann ich vergessen. Ich benutze die kleinen und auch damit geht es noch relativ schwer. Wenn ihr es oft wechseln wollt, ist es sehr, sehr nervig. Wenn ihr den Adapter einfach auf einer Pfeife lasst, ist es okay. Aber das ist auf jeden Fall einer der wenigen, wenigen Kritikpunkte, die ich an der Pfeife habe. Der nächste Punkt, das Design. Bei der Optik müsst ihr für euch wissen, ob ihr die Pfeife schön findet oder nicht. Wir haben auch schon beim letzten Mal drüber geredet, also bei dem Review von der Pro X. Und bis auf die Sleeves hat sich ja nicht so viel verändert, außer dass es noch zwei neue Bowl-Farben gibt. Ich finde die Pfeife immer noch klassisch, simpel, stilvoll, elegant. Also nach wie vor gefällt sie mir sehr, sehr gut. Mit der Edition, dass man jetzt hier noch Sleeves dran packen kann und dass man noch die Blow-Offs hat, die beim Design und bei der Optik von der Pfeife natürlich sehr, sehr viel hermachen, wenn man den Blow-Off benutzt. Also, wem die Pro X gefallen hat, dem wird auch die Pro X2 gefallen. Und vielleicht sogar noch besser, weil man noch Sleeves benutzen kann und noch den Blow-Off hat. Ich glaube, mehr muss man auch schon gar nicht zum Design sagen. Der Rest ist klassisch wunderschön, wie wir es von der Pro X schon kennen. Verarbeitung haben wir abgehakt, Design haben wir abgehakt, kommen wir als nächstes noch zum Rauchverhalten. Bei dem Rauchverhalten muss ich eine Kleinigkeit bemängeln. Das ist der Durchzug. Der Durchzug ist mir persönlich nicht gut genug. Auf der anderen Seite muss ich aber direkt dazu sagen, ich verstehe auch warum. Ich kann es nachvollziehen und ich hätte die Entscheidung genauso getroffen. Der Durchzug von der Pro X kann nicht besser werden, weil die Base sehr, sehr filigran ist durch das 360-Grad-Klick-System. Das nimmt sehr, sehr viel Platz weg und dann bleibt nicht mehr so viel Platz in der Base. Außerdem muss in die Base ja noch das Perch Pro System eingebaut werden, um den Blow-Off und das Entlüften, obwohl vier Schläuche angeschlossen sind, zu ermöglichen. Das heißt, der Durchzug ist mir persönlich ganz subjektiv nicht gut genug. Ich würde sagen, auf einer Skala von 0 bis 10 ist es ungefähr eine 6,5 oder eine 7. Aber ich verstehe auch warum und ich kann das nachvollziehen und das ist auch in Ordnung und das muss man auch so machen bei dieser Pfeife. Ganz subjektiv für mich, er müsste noch einen Ticken geiler sein. Aber er ist ein kleines bisschen besser geworden, als er noch bei der Pro X1 war und das finde ich nice. Was den Anzug angeht, ist die Pfeife für ihre Größe erstaunlich nice. Also ich habe jetzt den Diffusor auf der kleinsten Stufe, ihr könnt ihn ja wie gesagt auf neun Stufen verstellen. Bei mir ist er jetzt so kurz wie es geht und der Wasserstand ist auch nur ganz minimal über dem Diffusor. Ihr seht hier diesen Metallring immer an dem Diffusor und mein Wasserstand ist wirklich nur minimal über den Löchern. Also der ist gerade so am Anfang von dem Carbon, wirklich gerade so. Aber weil der Diffusor von Steemo so krass ist, funktioniert das echt ganz gut, sorgt nochmal für ein bisschen besseren Durchzug. Finde ich auf jeden Fall geil, würde ich immer so machen und euch auch auf jeden Fall so empfehlen. Das Entlüften geht auch relativ einfach. Es ist natürlich ein bisschen schwerer, als das bei einer Einschlauchpfeife ist. Klar, da hängt ja gar nichts dazwischen. Hier haben wir noch das Purge Pro System dazwischen hängen. Man merkt auch sehr, sehr schön, wenn man versucht ganz leicht reinzupusten, dann geht da nicht wirklich viel. Dann übt man nur ein bisschen Druck auf die Ventile aus. Man muss dann ein bisschen fester pusten, damit die Ventile aufgehen. Das fühlt sich aber sehr, sehr wertig an und auch wenn man ein bisschen fester reinpusten kann, fühlt sich das trotzdem gut an. Und ich finde es ganz nice, dass eben diese Keramikkugeln geweht wurden, um im schlimmsten Falle, bevor der Kopf geflutet wird, noch die Ventile aufzumachen in den Schlauchanschlüssen. Das heißt, Durchzug, ganz subjektiv, könnte ein bisschen besser sein. Ist aber schon mal besser geworden als bei der Pro X1 und ist akzeptabel. Wenn man an der Pfeife zieht, merkt man direkt, dass der Diffusor sehr, sehr geil funktioniert. Ich muss auch sagen, die Stimulation für mich, ich rauche sie nicht ohne Diffusor. Ich habe es mal probiert, finde ich aber irgendwie nicht nice. Das ist nicht das Stimulation-Gefühl, was ich haben will, wenn ich die Stimulation rauche. Aber der Diffusor funktioniert hervorragend. Ihr habt ein unglaublich wertiges und vor allem sehr, sehr gleichmäßiges Gefühl beim Ziehen. Das wirkt einfach, als wäre das Gerät wirklich in Perfektion geplant worden. Also diese Wertigkeit von der Pfeife, das Gefühl wird sogar beim Ziehen an der Pfeife übermittelt, was ich unglaublich geil finde. Also Durchzug könnte ein bisschen besser sein. Anzug sehr, sehr nice, vor allem für die Größe. Entlüften geht natürlich ein bisschen schwerer als bei Einschlauchpfeifen, aber für das System, das dahinter steckt, immer noch sehr, sehr angenehm. Und damit haben wir auch das Rauchverhalten durch. Kommen wir also als nächstes zum Fazit. Für wen ist die Pfeife? Wer sollte so viel Geld für die Pfeife ausgeben? Ist die Pfeife so viel Geld wert und welches Zubehör sollte man sich dazu holen? Fangen wir mal direkt beim Zubehör an. Beim Zubehör ist ganz klar, ihr müsst euch überlegen, für was wollt ihr die Pfeife benutzen und braucht ihr das? Wenn jetzt jemand die Pfeife auf einer Steckball benutzen will, dann ist ganz klar, dann muss ein Fuffi für den Steckballadapter her. Bei dem Cooling Diffusor ist die Geschichte schon ein bisschen anders, weil den Cooling Diffusor kann ich bestens gewissen jedem empfehlen. Also dieser Cooling Diffusor ist für mich so krass, ich hätte an Steambo Stelle die Pfeife 50 Euro teurer gemacht und dieses Ding mit reingelegt. Ich finde, das sollte jeder haben, weil das einfach ein Next Level Feature für diese Pfeife ist. Es gibt eine andere Pfeife, die sowas kann, die ich kenne und das ist die Noob Unique. Die hat einen Knopf an der Base, wenn man den drückt, kann man auch in den Kopf entlüften. Hier muss man aber nichts drücken oder nichts einstellen. Man kann einfach reinpusten, wenn man den Cooling Diffusor hat und man kühlt seinen Kopf ein bisschen. Die Pfeife an sich für 379 Euro, ja, die ist gleich teuer geblieben, obwohl die Materialien und so weiter ein bisschen teurer geworden sind und das finde ich sehr, sehr nice. Ich finde auch für eine Made in Germany Pfeife, die so eine krasse Qualität hat, so viele Feature hat und so nice aussieht und so edel aussieht und so hochwertig wirkt, sind 379 Euro natürlich nicht wenig Geld, aber ich finde, es ist gerechtfertigt. Also alles in allem bin ich sehr, sehr happy mit der Stimulation. Lasst mir gerne eure Kommentare, eure Gedanken dazu unten in den Kommentaren da. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu Pro X2 sagt. Ich habe sie jetzt schon ein paar Tage da, ich dürfte sie euch noch nicht zeigen vor heute. Jetzt ist es endlich raus. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu der Pfeife denkt. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Das Video war sehr viel Arbeit, da würde ich mich über euren Support freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.